927 Euro Mindestlohnrente. Altersarmut nach 45 Jahren Arbeit für Millionen von Menschen vorprogrammiert. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ein Thema, was uns als Sozialrechtler auch nicht loslässt, ist das Thema der Altersarmut vor allen Dingen für Menschen, die im Niedriglohnbereich in Deutschland viele, viele Jahre fleißig gearbeitet haben und trotz oder ob ihrer fleißigen Tätigkeit dann meistens eine Rente bekommen, die erschreckend niedrig ist. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben auch mal wieder gerechnet mit Mindestlohn, weil so eine Frage auch auf uns zugekommen ist, ob wir das nochmal vielleicht mal berechnen können, so eine Rente. Das Ergebnis ist wirklich ernüchternd. Wir haben einfach mal mit dem aktuellen Rentenwert 36,02 Euro bei einer 40-Stunden-Woche mit Mindestlohn 12 Euro gerechnet und wir gehen davon aus, dass der Monat 4,345 Wochen hat. Das ist so die gängige Umrechnung eines Monats in Wochen. Monatlich verdient dann unser Arbeitnehmer 2.085,60 Euro brutto bei Mindestlohn. Dies macht im Jahr 25.027,20 Euro aus, also als Jahreseinkommen brutto. Für ein Jahr im Mindestlohn würde der Arbeitnehmer dann 0,6434 Entgeltpunkte erhalten. Hochgerechnet auf 45 Jahre sind das 28,9530 Entgeltpunkte. Und der Versicherte würde dann mit aktuellen Rentenwert 36,02 Euro genau auf 1.042 Euro und 89 Cent Monat Rente brutto kommen. Wenn ich davon noch rund 11 Prozent Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge abziehe, komme ich genau auf die 927 Euro Nettorente. So wichtig, der Mindestlohn von 12 Euro für viele Menschen mit laufenden Arbeitsverhältnissen im Niedriglohnbereich ist, so schlimm sind aber die Folgen eines Mindestlohns im Alter. 927 Euro Nettorente nach 45 Jahren Arbeit mit aktuellen Mindestlohn sind kaum erträglich und auch nicht mehr vermittelbar. Daher ist es gut und richtig, dass der Mindestlohn jährlich angepasst wird und sich auch die Rentenwerte nach oben ändern, damit die Renten steigen. Im Grundsatz bedeutet aber eine Mindestlohnrente von 927 Euro Altersarmut für viele, viele Menschen, die im Niedriglohnbereich fleißig viele Jahre tätig sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.